so hallöschön zusammen willkommen beim ls 15 ich habe mir überlegt wir machen heute mal ein kleines tutorial bzw ich wurde gefragt wie kann man wie geht man mit der ketten säge um so wir gehen jetzt erstmal zum platz wo ich mir den ausgesucht habe wo wir den test schnitt machen ja den test schnitt weil ich schon ein paar feldinger hatte seht ihr nachher hinten dran und ihr das ist die ketten säge wie man diese neigung macht etc die gradzahl einstellen das macht ihr wenn indem ihre rechte maustaste gedrückt halten und die maus links und rechts bewegt hoch und runter ist normal nicken und anwinkeln ist halt rechts und links so das waren die grundregeln für die ketten säge und wie man den baum richtig zerlegt bzw er liegt in dem sinne dann zeige ich euch jetzt erst mal den untersten schnitt man kann auch erst den schräg machen am besten wir machen ihn als erstes vielleicht haben wir glück und er kippt sofort oder wir haben pech so jetzt hängt er das zu vermeiden setzen wir jetzt die säge recht schräg an nicht am baum direkt aber könnte man rein theoretisch auch machen dann hat man den bad ja machen wir die den säge schnitt weg dann haben wir da ein glatten und dann dürfte er rein theoretisch vernünftig umkippen das tut er auch das ist wunderbar und damit man nachher mit dem traktor besser hier fahren kann wird hier der waldbad entfernt so heißt das übrigens so noch einmal man weiß ja nie ob das genau so egal wer wir nachher sehen so jetzt mal mit ersten untersetzt wegen säge wieder gerade und dann geben wir rechte seite vom baum stadt der linke seite vom baum stadt und ziehen einfach mal lang und der baum dürfte jetzt kalt sein beziehungsweise verlegt sein so das war es schon fürs tutorial jetzt schnappen und schnappen wir noch mal kurz klein und dann passt das schon und hier noch einmal passt das dann sollte man den gut verladen können bloß nicht zu klein sonst ist es nachher probleme beim verladen mit dem anhänger aber naja so der baum ist klein die säge ist eingepackt vielen dank fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat und ihr noch mehr tutorial sehen wollt sagt bescheid haut mit daumen rein und einen kommentar wie es euch gefallen hat vielen dank fürs zuschauen tschüssi govski jetzt haben wir den untersten schnitt gemacht jetzt schreiben wir mal einen kleinen keil hier raus mal gucken ob ich es hinkrieg und dann machen wir mal rein wir einigermaßen schnitt kippen bringen nicht böse sein leute ich krieg es auch nicht immer gleich mal hin so wie in den forsten video so jetzt haben wir den baum schon das schreiben wir jetzt erstmal durch und jetzt muss er aber kippen mal nicht in die gewünschte richtung jetzt hängt er und schnappen wir hier nochmal weg oder sieht das denn gerade aus nachher und jetzt fällt da wunderbar jetzt hängt er das ist doch ein schlechter scherz oder ich denke vorne dran so jetzt fällt er komplett ocat tot